hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar wollte ich von einer firma globliland wurde ich angeschrieben die wollten mit mir kooperieren dafür durfte ich mir ein paar sachen aussuchen die sind jetzt angekommen und die möchte ich euch dann jetzt mal zeigen ich werde alles in die infobox verlinken auch den job ja genau ich würde sagen wir fangen mal an als erstes das sind jetzt so stempelabdrücke also clear stamps der shop hat überwiegend clear stamps stanzen und dann für dieses hot folie ja ihr wisst schon was ich meine wenn ihr lust habt könnt ihr mal vorbeischauen wie das fand ich ganz schön das set auch jetzt für für den nächsten herbst halloween genau finde ich mega hier ist eine artikelnummer falls jemand da interesse hat aber ich werde ja alles auch hier die bestellten sachen die werde ich alle verlinken ich habe hier extra hier einen weißen glock geholt um euch das mal so zu zeigen sehr sehr schön sehr schön viel karten da werde ich dann noch ein video machen zu so dann das nächste dieses hier urlaubsreifen mit dieser palmer ganz schön auch hier mit diesem happy hippo wie ich den nenne richtig schön auch das hier hier ist auch noch eine erklärung wie man mal stempelt so sieht es dann aus ich finde ja richtig cool da sind ja noch so kleine sachen mit dabei richtig cool auch hier das so ja da kann man schöne karten mit machen so da habe ich mir noch ein stanzenset das war dieses hier ich packe das mal aus ja hier die artikelnummer habe ich einfach ganz vergessen so und dann hier diese stanze ja jetzt für offene karte mit bienen hier mit so waben und das bienennest dann hier so ein baumstamm das sieht ja dazu besser hier ist alles in einem ja mal gucken ob das meine maschine da hat ob das passt weil ich habe die kleine muss ich gucken genau das war's ja wie gesagt wenn ihr lust habt könnt ihr mal gerne in den shop vorbeischauen ich habe echt schöne sachen da und auch nicht zu teuer wirklich nicht ja genau wie gesagt schon alles zu linken könnt ihr mal gucken und dann würde ich sagen bis zum nächsten video bis zum nächsten video